kleines bilderrätsel ich mache es jetzt nicht aber willkommen in der nockenklötzelscheune mein name ist blog star dass das meine katze murks und der föhnen sollte sturm symbolisieren und die katze den tiger weil ich euch heute von kobe den 38 cm sturm tiger aus 2017 vorstellen werde das kobe 2513 und muxi du warst eine ganz tolle schauspielerin hier für dich noch als belohnung deine garage so freuen und für euch jetzt belohnung das hätte jetzt hier auf meinem bautisch viel spaß beim review ja freunde wie versprochen hier auf dem bautisch die 2513 den 38 cm sturm tiger von kobe aus der historical collection world war two mit zwei minifiguren und 535 steinchen die zwei minifiguren sehen wir hier den panzerkommandanten mit dienst glas sowie einen grenadier mit 60 m panzer faust ein schöner karton ein schönes kätzchen mehr schön beige gefällt mir hier auf dem ersten blick auch wieder tolles artwork mit dem hintergrund das set wurde in italien erworben das sehen wir auch hier unten an dem aufkleber der noch dort sich verbirgt plus dem preis schild 59 euro und 90 cent hat das set mal gekostet und wir sehen hier dass das set aus 2017 ist wenn wir uns die rückseite anschauen sehen wir das fazit noch einmal in voller pracht wir sehen es ist 22,5 cm lang und wird 14 cm hoch wir haben hier einige play features die wir auch hier den seiten noch sehen würden und wir haben natürlich die technischen daten des fahrzeugs sowie zwei originale schwarz-weiß fotos hier eines eines erbauteten fahrzeuges ich würde sagen jetzt gucken wir uns noch wichtiger nämlich den inhalt des kartons an ja freunde da haben wir den inhalt des setes hier auch meinen bautisch liegen ganz wichtige informationen noch am 11 12 2017 wurde dieses set in milek produziert findet man ja immer auf der innenseite des kartons wir haben zwei bau schritte beziehungsweise bau abschnitts gruppen wir haben hier und das finde ich ganz gut neun offene tüten die teilweise alle mit der 1 bedruckt sind während wir hier eine große tüte haben mit untertüten mit bau abschnitt 2 das heißt hier hat sich kobe eine umverpackung gespart um dann es wieder einzureißen weil sie eine kleine teile einheit hier in eine tüte eingeschweißt haben finde ich ein bisschen krass dass man sich mal spart und eigentlich hätten sie auch das steinchen noch hier mit reinpacken müssen also hier haben wir neun tüten schon eine moderne herangehensweise von kobe und hier gibt es noch die umverpackung dann haben wir noch eine 8 x 16 plate und dann natürlich die anleitung die nach vier klammern gebunden das karton design wieder etwas widergespiegelt wieder ab sieben jahren traurige zwiebel captain planet der löwe und so weiter und so fort kobe anleitung für alle die es nicht kennen man hat hier auf der ersten seite eine erklärung welche wedges welche stangenlänge welche brackets man und nimmt man hat hier dann immer was man baut farbig was gebaut wurde ist dann farb entsättigt und hier sehen wir schon dass wir acht tüten haben für die ersten bauschritt finde ich ganz lustig weil wir haben ja neun kann sein dass diese steinchen nachträglich noch reingelegt wurde dann geht das set kobe anleitung haben wir keine seiten bis zum bauschritt 90 seiten hat das natürlich schon diese anleitung hier aber keine seitenzahl passend dann zur bau schritt erklärung wie seht ihr hier unten ist nix erklärt also es wird keine seiten nummerierung genannt aber wir wissen hier 90 selbst brauchen wir bis unser sturmtigerchen fertig ist dann haben wir eigentlich auf den neuen anleitungen die teile übersicht bei den älteren gab es dann immer tolle werbung und ihr seht hier einfach schöne flieger schöne panzerchen und ich kann euch verraten ich möchte es noch nicht sagen zu welchem set aber auch zu den sets hier habe ich einige videos schon in der vorbereitung und es sind sogar nicht ein nicht zwei drei seiten denn hier hinten ist auch noch mal werbung und naja den hetzer habt ihr bei mir schon mal auf dem kanal gesehen findet ihr oben auf dem in der werbung aber viel wichtiger ist dass ihr jetzt ja seht wie ich den sturmtiger zusammenbauen und deswegen euch viel spaß bei den fakten und beim speed bild speed bild zeit ist fakten zeit der sturm tiger sturm panzer 6 das gerät 817 der geschützwagen 606 schräger 9 oder 38 cm raketenwerfer 61 auf sturm mörser tiger war wie es seine vielen namen vermuten lassen ein ungewöhnlicher umbau eines tiger 1 panzers um ein raketengestütztes schweres projektil gegen massive ziele abfeuern zu können diese ziele konnten im direkten angriff also im sturm bekämpft oder aber aus der sicheren entfernung bei einer reichweite von bis zu sechs kilometern im steilfeuer unterstützung bieten der 380 mm mörser war ursprünglich für die kriegsmarine entwickelt worden um ihn auf u-booten einsetzen zu können somit quasi ein direkter vorfahre aller ballistischen u-boote der neuzeit die kriegsmarine verwarf diese idee und der mörser hatte seine bestimmung als landwaffe gefunden der einzige passende unterbau war der eines panzer 6 also des tiger 1 ist die wehrmachtsführung hatte eine solche waffe für die ostfront gefordert um dort mit mindestens einen kaliber bis 210 mm ziele im steilfeuer angreifen zu können aber es wurde auch ein mobiles gerät gefordert um mit der beweglichen front mithalten zu können der sturm mörser tiger sollte hoffnungsvoll diese bedingungen erfüllen wie bei so vielen deutschen rüstungsprojekten der zeit erfolgte die produktion ab august 1944 bei alcat aber viel zu spät konträr zum verlauf des krieges und eine offensive einsatzdoktrin war nicht mehr möglich die wehrmacht war an allen fronten in der defensive die altmärkischen kettenwerke also kurz alcat verwendete ein basis des tiger ausführung auf dem ein neuer kastenaufbau mit angeschrägter panzer gebaut wurde ähnlichkeiten mit dem jagd panther sind rein zufällig der raketenwerfer 1 60 wurde auf einen kugelgestell leicht schräg versetzt montiert der mündungskranz hatte eine reihe von löchern die die raketengase ableiten sollten im inneren des kastenaufbaus konnten zwölf projektile verstaut werden weitere käten konnten mit einem angebauten kleinen handgetriebenen kran aus einem versorgungsfahrzeug gehoben und durch die dachluke in das innere des fahrzeugs gesenkt werden der kran war hinten an den aufbau montiert die handhabung der projektile war eine gefährliche angelegenheit deshalb wurde ein weiteres windensystem im inneren verbaut um die granaten beim laden zu bewegen es gibt diverse quellen mit unterschiedlichen produktionszahlen von bis zu 81 produzierten einheiten aber die meisten die mir für diesen text hier vorlagen nennen eine zahl von um die 18 sturmtigern diese versahen ihren dienst in drei verschiedenen sturm mörser kompanien hier spielten ihre riesigen mörser aber eher eine rolle bei der verteidigung deutschlands als beim angriff einen der letzten einsätze vor der sturm tiger mit der sturm mörser kompanie 1001 um den 9 april 1945 in der nähe von drolshagen bei olpe in nordrhein-westfalen dort sollte mit dem 38 cm mörser der kirchturm beschossen werden der panzerkommandant oberstleutnant doll weigerte sich aber diesen aus ihrer sicht sinnlosen befehl zum schaden der zivilbevölkerung durchzuführen man entschied sich die amerikaner im offenen gefecht zu stellen auf den weg dorthin riss aber eine der ketten des fahrzeuges was für so ein 60 tonnen monstrum das einsatzfähige aus bedeutet ja freunde und auspasst auch ganz gut die fakten zeit ist jetzt zu ende euch viel spaß beim review und schaut euch nach dem review noch gerne einmal die fotos an ich habe die figuren und das fahrzeug noch einmal in szene gesetzt und bitte schaut doch unten in die video beschreibung dort findet ihr die quellen angaben für meine fakten zeit sowie den link zum shop von sebastian bilden ricks punkt de sowie einen 10 prozent gutschein code blogs da zehn blogs da komplett groß geschrieben als dankeschön dafür dass sebastian mir dieses set für das review zur verfügung gestellt hat ebenso findet ihr sowieso dort immer meine kobe bezugsquellen so freunde das war es aber jetzt wirklich viel spaß beim eigentlichen review des 38 cm sturmtigers eine stunde 30 bauspaß und 535 steinchen später ist er fertig unser sturm tiger unser sturm panzer 6 oder 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 das fahrzeug hatte ja so viele namen wie manch österreichische fußballverein sponsoren auf sein trikot ein schönes set es hat wirklich spaß gemacht zu bauen typisch tiger wir sehen das typische tiger schachtel auf werk was ich ja kaum verhindert hat auch bei kobe wenn man hier als beispiel den vorletzten 131 war wieder uns anschauen der hat auch das gleiche fahrwerk nur andere ketten hier nämlich in grau da in schwarz also wir können hier schön die tiger familie erkennen wir haben hier hinten fast die gleichen bauweisen wenn man schaut wir haben hier die bedruckten gitter und da auch diese zwei mal zwei gitter steine haben wir hier auch nur dass ich hier etwas versetzen ein nach oben da nicht hier generell ist feiner ausgearbeitet man darf nicht vergessen das set ist fünf jahre alt wir wollen aber nicht den 1 3 1 hier besprechen den habe ich mit euch schon mal besprochen und demnächst stelle ich euch ja auch die aktuelle version vor wir sprechen heute über die 2513 ein schönes hätte ich habe euch gesagt der fahrtest hier typisch kubi mit den großen ketten läuft es auch super auf meinem vlies bevor wir auf einzelne details mal angehen zeichnen euch einmal so von vorne mit dem typischen mörser mit dem typischen okular maschinengewehr und fahrlicht dann von der seite mit dem eben erwähnten fahrwerk mit der kette nicht wundern dass sie so dunkel ist es ist halt schwarz das ganze fahrzeug ist von innen schwarz hier die aufbaut natürlich große bedruckte fliesen das werkzeug von hinten diese fahrwerk abdeckung wünschen sagen aber ich meine eigentlich die abgasanlage mit diesen runden slopes haben wir zuletzt bei mir bei der hut gesehen für den schornstein hat kubi hier noch etwas rudimentärer gemacht ist heute bei den heutigen tiger modellen auch anders und dann die andere seite hier mit sparten auch wieder großer fliese und den mörser von oben haben wir dann hier eine luke wir haben hier noch eine klappe die wir abmachen können beziehungsweise eine fliese denn wir können dort die granate reinhängen bitte raus holen lassen die granate die ja hier eine bombe ist da kommen wir gleich noch zu dann haben wir hier schön noch eine felge drauf und von hinten haben wir hier auch noch eine klappe in den innenraum und auf dem motorraum oben ist auch noch eine klappe und von unten ist das ding ja schwarz 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 ihr habt es gesehen so jetzt ist mir der kleine geigen heruntergefallen ich nenne es einfach mal galgen und es sieht ein bisschen so aus schön gelöst hier mit einer sie claim in die bombe die hier eine granate spielt wir haben hier sogar wirklich ein mechanismus dass wir wirklich so die bombe ablassen können das geht es ein bisschen schwer liegt aber nur daran dass dieser faden irgendwie in öl getränkt ist nicht dass uns die finger schmutzig macht aber erst dadurch etwas steifer und rutscht deswegen daher nicht so gut nach aber wenn wir es hoch kurbeln dann geht es wieder seht ihr da geht die bombe hoch beziehungsweise die granate also schön gelöst mit den typischen steck steinchen von kobe die wir kennen für geschütz rohre und 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 so stecken wir hier rein und der panzer wieder angefahren also ganz cool hier diese einlade funktion mit dieser fließe die hier drauf gedrückt wird einfach nur und fertig halt verkehrt darum so rum ist richtig wir haben ja hier eine felge das finde ich ganz lustig weil wir haben die felge auch hier nochmal im motor raum als meibach motor angedeutet ich glaube es mal auf zeige es euch ist ein bisschen dunkel aber man kann es vielleicht erkennen da sind die grauen felgen als meibach motor angedeutet finde ich richtig cool luftfilter etc also bin ich ganz besonders an diesem fahrzeug dass man hat solche teile die eigentlich wofür anders sind entfremden kann um damit etwas besonderes darzustellen und dann sind wir beim stichwort nämlich hier der mörser der ja eigentlich auch bei kobe ein antriebsrad ist bei vielen anderen panzer hier ist es halt der mörser und das gute ist dass dadurch diese löcher die am mörser ja eigentlich für die belüftung sind beziehungsweise zur ablüftung der abgase und um den rückstoß auszufangen dass wir sie hier richtig gut in diesem teil haben was wir als sonst ja auch kennen wie gesagt als antriebsrad bei vielen anderen panzer und deswegen cool dass man das so löst passt perfekt sieht gut aus also man kann auf jeden fall einen sturm tiger erkennen also es hat wirklich spaß gemacht die vielen drucke es ist von innen natürlich leicht zu bauen weil wir haben ja hier unten drin jetzt ein speedbild gesehen viel schwarz und dann mit den hinges hier oben mit den verkleidungen haben wir dann diese schrägen aufbauten ich mache es jetzt mal ab die wir hier einrasten da seht ihr schon da geht da einen stein schon ab so da zack und dann haben wir von innen viel schwarz viele große standard briggs die wir so kennen das macht halt spaß dass man so große vierkige steinchen und plate zusammendrückt dann ein paar hinges dann ein paar wedges und fertig ist der sturm tiger also hat richtig spaß gemacht zu bauen aber ihr wisst dass ich kobe fan bin und ich immer hier vorstelle was mir spaß macht danke an sebastian von building bix der mir dieses set für das review zur verfügung gestellt hat das geht wieder abgebaut später zu ihnen zurück sebastian dankeschön infos zu sebastian findet ihr unten in der video beschreibung so ganz wichtig noch die figur weswegen ich mir die schwarze mütze angezogen habe nämlich hier unseren panzer fahrer mit der feldmütze m 43 wie gesagt die habe ich auch gerade auf ganz schöne alte kobe figur in anführungszeichen alt heute haben wir dann tucken modernere ihr seht doch hier hatten also das kreuz guckt wieder ein bisschen grimmig aber die mütze deswegen habe ich angezogen figur seht ihr auch gleich noch mal eingeblendet denn hier ist ein bisschen dunkel zu viel licht ja und dann haben wir den grenadier auch typische kubi aus der damaligen zeit mit diesem sprengeltan finde ich richtig nett also nett wobei er guckt hat auch nicht gerade so also habe ich angst vom zahnarzt weil er zieht den mund so zusammen und die 60 m die panzer faust ja ein schnuckliges schönes kleines fahrzeug was das herz begehrt also was will ich mehr sagen das hat mir wirklich spaß gemacht zu bauen ich glaube ich habe das wort spaß jetzt schon wieder fünf sechs mal genannt und tiger kann man ja nie genug haben ja tiger kann man nie genug haben welches ist ein euer liebster tiger schreibt mir das mal wieder unten in die kommentar sektion würde mich echt interessieren ist es auch hier der 1 3 1 den es ja in verschiedenen versionen gab ich glaube drei stück ist es der anthrazit farben ist einer der alten ist es einer der vielen königstiger oder ist es der sturm tiger schreibt mir das bitte mal in die kommentar sektion würde mich echt interessieren ihr wisst ich lerne auch gerne von euch und wissen euch da draußen zu verstehen und ich rede gerne über meine lieblings klemmbaustein firma über kobe was ich noch vergessen habe was ganz wichtig ist dass wir hier auch eine ganze menge an steinchen über haben ketten glieder hinges und auch sogar hier mal so einmal einsatz durchsichtig für das licht also wir haben eine ganze menge steinchen über gehen natürlich auch wieder zurück an sebastian also ein set was damals noch ein bisserl was dazu hatte ja dazu hatte passt auch ganz gut denn ich schließe den laden hier gleich zu aber nicht bevor wir uns einmal noch zum abschluss in die augen schauen meine lieben freunde ja freunde und hier noch ein kleiner nachtrag denn dieses hat kommt ja mit einer panzer faust 60 m daher die panzer faust beziehungsweise eigentlich faust patrone wurde ab 1942 von der hasag hergestellt das war die hugo schneider ag die zahl 60 gibt hier die reichweite an im verlauf des zweiten weltkriegs wurden über 6,7 millionen dieser rückstoß freien endkampf waffen hergestellt endkampf waffen sage ich weil diese waffen wirklich nur für den notfall aus nächster nähe eingesetzt werden konnten sie waren auch gar nicht so effektiv wie die propaganda immer sagt denn von grund 3600 panzern die an der ost von 1944 vernichtet wurden im januar wurden im nahkampf nur 114 vernichtet und davon wahrscheinlich nur um die 58 mit der panzer faust ja freunde da ist das video leider schon zu ende von diesem fantastischen set einfach spaßig dieses set zu klemmen war eine coole geschichte für euch dieses videos aufzunehmen und wenn ihr jetzt sagt so ich will noch mehr kobe gucken schaut auf meinem kanal da gibt es noch das ein oder andere kobe video gerade die faktenzeit ist immer sehr interessant ihr wisst ich erzählt euch gerne die geschichte zum set und geschichte ist ganz wichtig ich habe nämlich hier noch eine geschichte vergessen denn in der tüte zwei war noch eine tüte mit der nummer eins beschriftet hier unten liegt sie ich heb ja immer alle plastiktüten auf da stand die 1 drauf und finde ich cool dass kobe nicht extra hier die ganze charge wegschmeißt sondern dass sie die tüte 1 auch noch benutzen wenn sie die tüte 2 packen also ganz cool ich mache übrigens auch so ich hebe all mein plastikmüll von den sets auf pack sie immer wieder in die kartons rein hat den vorteil wenn ich mal verkaufe bekommt ihr alles was man drin war aber auch ich möchte das komplette sammelerlebnis mir irgendwie beibehalten also die extra steinchen der plastikmüll plus die anleitung geht wieder zurück in die kartons heißt ich brauche doppelt platz ich brauche platz für die tollen sets und ich brauche platz für die tollen kartons was tut man nicht alles für seine liebste klemmer steinchen firma ja freunde und das ist auch ein gutes stichwort diese klemmer steinchen firma aus polen die macht gerade eine review wettbewerb das heißt man soll kobe videos einreichen mit ein zwei hashtags versehen und dann werden die auf der kobe facebook seite gepostet und das beste oder das was am meisten gefällt den leuten von kobe bekommt dann einen preis ein paar steinchen oder noch irgendwas das haben sie ein bisschen offen gelassen aber ich würde mich freuen dass ihr wenn ihr mein video dort findet auf der kobe seite vielleicht schaut ihr mal rein einfach einen daumen da lasst und einen kommentar also ich hätte ganz gerne diesmal von euch mindestens zwei kommentare und zwei daumen nämlich einmal hier unter meinem video und dann bei facebook ihr wird mir ein riesen gefallen tun in diesem sinne freunde also daumen drücken für euch für mich dass wir gesund bleiben auf wieder bauen euer freund der blog star